Wenn man einen Vanguard nicht mehr kann ... ... oder seinen Plan ... ... oder auch seinen Plan ... ... oder sein Plan ... ... aber er hängt schon die ganze Zeit auf der Annern im Plan ... ... oder sein Plan ... Wir können jetzt nicht leicht in Pyraman zu leben ... ... oder sein Plan ... ... oder sein Plan ... ... und falls man nicht so runterlande sind damit man zwar aus Base spielen kann ... Aber dann sind wir tot, oder? Wenn er jetzt zwei Viecher legt, sind wir hin. Wenn er länger hat, hat er. Warum sind wir dann tot? Weil er dann Opfer der Opfer da hat. Die können ja Pazifismus auf dem Ding spielen. Wenn wir das Land ziehen. Wenn wir jetzt zwei Viecher legen, dann ist es wurscht mit was wir jumpen. Legen wir Pinger, oder? Und so früher hätte es kommen müssen. Ja vor allem, es ist ja nicht ums Grüne gegangen. Es war einfach irgendein Land. Weil wenn wir irgendein Land sind, dann spielen wir locker mit. Oh, jetzt fahren wir zur Fliege. Ja. Es ist natürlich so, wenn wir den jetzt blocken, ist es schlecht. Lassen wir einfach durch. Und dann noch Dinge für uns. Seine Blatt. Blatt, genau. Ja. Blatt. Ja, Blending Mage. Und Plummet. So Plummet auf den und Leviedpingen. Ja. Ja. Blatt. Ich meine auf ein Leben ist halt echt kritisch, weißt du, klar wir sind jetzt quasi back in game, aber wir sterben halt echt an jedem Rotz, weil wir auch gleich viel lang gehabt wie wir in gleich viel länder, dafür haben wir ein paar und der ist uns jetzt schon mal wurscht den können wir wegtappen die frage ist nur, was machen wir jetzt, wenn er jetzt ein Room hat, gibt es nichts, gell wir könnten jetzt den Warpriest legen, damit wir wenigstens hauen gehen können aber wenn er uns in Blinding Match in seiner Runde weg macht, dann haben wir verloren ja, also er hat zumindest noch den Wengard auf der Hand ja, in meinem Fall wollen hätten wir jetzt nicht gehabt, aber ja, aber wir sind halt im Stress ein bisschen da wird er sich wohl was tut dann ja, oder was? was sagst du dazu? Schaut jetzt nicht gut aus ja, pingen wir die Liliana greifen sie mit einem Blinding Match an und pingen sie dann nochmal aber wir durften vermutlich verloren haben aber wir durften vermutlich verloren haben keine Ahnung ja, Blinding Match greift der Liliana an und dann nehmen wir den Wolf und jetzt hoffen, dass er nichts zieht also ich kenne es in mir vor jetzt nur korrupt und seinen Blatt ein so auf die Schnelle vielleicht der Viech, Viech wäre super, weil wir haben passiv ist immer dafür da werden immer noch keine Länder kommen ja, das wieder rein, oder? das ist dann Giant Growth der war ein bisschen wie der Gesicht, gell? mh ja, das Atomzweck braucht man vielleicht nicht ich habe jetzt kein schwarzes Berg gesehen bei ihm dass man vielleicht einfach nur einen von diesen Dingen nicht Ein Hawk? Nein, die waren... Achso, die hat die Fliegerkörper... Ja, genau, passt, ja. Besser. Wir könnten eventuell die Strongbox raus tun. Oder? Der 4922 war eine. Oder ein Kompass. Ja. Bitte. Auch ein Turn früher. Ich... Weiß nicht. Ich glaube, ich hätte es trotzdem gekippt. Also, natürlich, wenn ich weiß, was oben liegt, dann hätte ich es nicht gekippt, aber... Ja.